Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 25. Februar 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 962 und heute habe ich IMDF und Mirwarf und Weltfrauentag und WebOS und Nest.com als Themen mit dabei. Das IMDF, ausgeschrieben das Indoor Mapping Data Format, ist neu ein Branchenstandard. Entwickelt von Apple, die Open Geospatial Consortium, also kurz gesagt das OGC, hat den Standard von Apple gleich mit übernommen und als Standard ausgegeben. Finde ich toll, denn was wir früher dachten, man nur mit Beacons hinzubekommen, also so kleine Bluetooth-Dinger, die man sich überall in die Wohnung klebt, so dass das Telefon, das Tablet oder was auch immer weiss, wo im Raum oder besser wo in der Wohnung oder noch besser wo im Haus man sich gerade aufhaltet. Das geht eben auch mit diesem IMDF. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das soweit ist, denn damit lassen sich coole Geschichten machen, wie zum Beispiel, ist der Martin in der Küche, geht das und das und das Licht an, der Sonos-Lautsprecher da und das, keine Ahnung, sonst Gerät geht mit der Wichtigkeit an oder mit der Funktion an und kommt Person 2 hinzu, zum Beispiel meine Frau, dann wechselt die Musik oder das Licht und so weiter und so fort. Also da stelle ich mir ganz, ganz smarte und coole Geschichten vor mit dem Ganzen. Weiter geht es mit smarten Produkten und aus dem Hause Ikea. Ikea hat etwas Neues vorgestellt, die Myrward, wenn ich das richtig ausspreche, das sind flexible LED-Lichterleisten, die sich ums Eck biegen lassen. Ob man das dann wirklich so ranmacht, wie in dem Shownotes verlinkten oder auf daily.tiktok.ca verlinkten Link, muss man natürlich selber entscheiden, das muss einem gefallen. Aber man kann auf jeden Fall interessante Geschichten machen und vor allem interessant vom Preis her. So ein Stück, ein einzelnes LED-Lichtleistensstück kostet in Euro 1999, also deutlich erschwinglicher als so manche andere Lösungen. Bin mal gespannt, HomeKit-fähig soll es auch sein. Was man dazu noch braucht, natürlich das Trattfree-Gateaway und so ein kleines Dimm-Geschicht, Trattfree-Dimmer muss da noch dazwischen hängen. Ich bin gespannt. Weiter geht es mit dem Weltfrauentag, der kommt in der nächsten, übernächsten, nächsten Woche, also schon relativ bald, Montag in der Woche, genau. Dann ist nämlich der Weltfrauentag und Apple hat dazu eine neue Herausforderung aufgerufen. Man muss sich mindestens 20 Minuten in einem Workout befinden. Also allein schon das Spazieren hier ins Büro rüber. Catching geschafft. Es gibt auch schöne, tolle Stickers dazu. Wer mag, gerne ausprobieren. Dann gibt es Neuigkeiten von LG. Die haben sich ja vor ein paar Jahren mal was gekauft, was früher... Lass mich nochmals überlegen, wie ging der Weg? Palm, dann kam... Was kam nach Palm? Nach Palm kam... Huwler Package, genau. Die haben dann das Touchpad, also das Tablet, der iPad-Killer von damals, weiterverkauft. Dann ging es an Qualcomm und zwischendurch auch noch irgendwelche komischen Rechtsinhaber. Seit 2014 gehört WebOS LG und die bestücken damit ihre eigenen Fernseher. Beamer werden noch damit bestückt und ich glaube auch Kühlschränke, wenn mich nicht alles irrt. LG möchte jetzt einen Schritt weiter gehen und das Ganze wieder im Bereich Open Source ansiedeln und als Google TV, TV-Google-Zeugs-Konkurrent auf den Markt bringen. Das heisst, sie möchten überzeugen, Samsung, Sony, Philips und so weiter, dass die da auf den Zug aufspringen und sich auch WebOS als Oberfläche installieren. Würde ich nicht allzu verkehrt finden. Ich mag mich erinnern an einen Test vor drei Jahren, glaube ich, mit einem aktuellen LG TV. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen, was wir da auf dem Fernseher hatten und ich denke, das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Aufhören tun wir wieder ein bisschen smart. Also ja, nicht ganz smart, zumindest die Thematik ist smart, aber was passiert ist, ist nicht so smart. Google weiss nie, was sie genau möchten. Vor vielen Jahren haben sie sich Nest gekauft, eine Firma, die aus ehemaligen Apple-Mitarbeitern entstanden ist mit dem Raumthermostat. Da gab es ja dann immer mehr dazu. Neben den Thermostaten kamen immer mehr Geräte dazu. Im letzten Jahr hat man sich auch bewusst dazu entschieden, dass die smarten Geräte eigentlich nicht mehr Google heissen oder einen Google im Namen haben, sondern Nest als Brand. Jetzt ist es so, die Domain nest.com wird umgeleitet direkt in den Store von Google. Also anscheinend hat man sich da wieder dagegen entschieden. Finde ich, wie immer, bei Google recht speziell und bin mal gespannt, ob die kommenden Produkte dann immer noch Nest als Brand haben oder ob das nur noch ein Brand unter Google ist, also Alphabet, um genau zu sein. Wir werden es sehen. Zumindest gibt es ja kein Nest-Login mehr, sondern alles nur noch über das Google-Login. Wir will see, wo uns die Reise noch hinbringt und was da vor allem auch die nächsten Gadgets sein werden, die da auftauchen werden. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Ich hoffe, der eine oder andere oder die eine oder andere hat ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.